Hallo ihr Lieben, das ist Herr Schmeyer, Partner, Beutzutage und Psychologe. Vielleicht sehen wir uns heute Abend auf Twitch, 20 Uhr. Da mache ich klassisches Let's Play Harry Potter, spiele ich, beantworte aber auch eine oder andere Frage gern zur Beziehung. Letztes Mal haben wir uns auch viel unterhalten über Suche nach Außerirdischen Intelligenz im All, weil da so ein Spezialistin da war. Sehr lustig, aber wie gesagt, das ist, das letzte Mal waren wir zu 20, ich fand es total nice und es ist jetzt so ein bisschen außer der Reihe irgendwas, wo ich zu sehen bin. Gut, heute geht es um das Thema, haben alle Männer einen Kinderwunsch? Spannende Frage. Und sagen wir mal, sollte man überhaupt Kinder wollen, wollen, ja, du kannst mir auch solche Fragen stellen über eine Formel auf libysche.de. Meine Kurse findest du auch auf libysche.de. Und sie schreibt, die liebe Kassanetschkola, haben alle Männer einen Kinderwunsch? Lieber Christian, ich erfolge deinen Kanal schon seit vielen Jahren und möchte mich nochmal für deine tolle Arbeit bedanken. Könnte mich sehr unterstützen übrigens, wenn ihr einmal auf den Abo-Knopf drückt, auch wenn man das ohne Abo sehen kann. Oder Kanalmöglichchaft oder einen Kommentar oder ein Like oder den Kanal einfach mal weitergebt. Also ich lebe auch viel von Mund-zu-Mund-Propaganda und könnte mich sehr viel unterstützen. Dann muss ich nicht teure Werbung schalten oder irgendwie sowas. Genau. Ich werde schon bald 30 Jahre, kann aber aufgrund einer Vorerkrankung keine Kinder mehr bekommen und habe auch keinen Kinderwunsch. In meiner letzten Beziehung war das Thema Kinderwunsch zum ersten Mal ein großes Streitthema. Er war sehr verletzt, dass ich ihm seiner Meinung nach zu spät gesagt habe, dass ich keine Kinder bekommen kann. Sollten Dinge wie chronische Erkrankungen, gesundheitliche Dinge in den ersten sechs bis zwölf Monaten eine Rolle spielen? Ich habe mich nicht verpflichtet gefühlt, ihm das so früh zu sagen. Ja, also okay, machen wir erstmal so weit. Da sind da so verschiedene Themen. Also ich finde, man muss nicht auf den ersten Dates, wo es echt nur um Fun geht, Hangout, Have Fun, Hookup. Muss man jetzt nicht kommen mit, ich habe chronische Erkrankungen und irgendwas, ich kann keine Kinder kriegen. Ja, wenn das Thema aufkommt und jemand, es gibt ja Leute, die daten so gezielt und die sagen, hey, ich will jetzt eine Familie gründen, ich will jetzt nur Leute daten, die auch einen Kinderwunsch haben. Ja, also wenn nicht jemand, das Thema aufkommt und jemand dich jetzt auf Date 3 dazu fragen würde, dann solltest du es natürlich sagen. Aber man muss jetzt nicht gleich seine ganze Gesundheitsgeschichte da auskippen, finde ich, ist meine Meinung. Aber auch natürlich sollte man damit auch nicht, das würde ich auch sagen, nicht unnötig lange hinterm Berg halten. Also ich würde es auch fair finden, wenn man jetzt drei Monate gedatet hat, ist fest zusammen. Es läuft alles auf seiner stabilen Spur, kann man auch ruhig mal sagen, du, vielleicht auch kommt das beim Thema Verhütung oder ich weiß es nicht, dass man sagt, ich kann eh keine Kinder kriegen, nur es weiß irgendwie, würde ich schon fair finden, so in den ersten 100 Tagen, 200 Tagen, keine Ahnung. Man könnte ja mal sagen, wie ihr das so seht, also vielleicht eher in den ersten 100 Tagen, aber nicht auf dem ersten Date, also das ist auch nicht so. Dann haben wir hier, ob das dann eine Rolle spielt, das muss ja deinem Gegenüber dann für sich entscheiden. Und also ich, es ist ja eine ganz spannende Sache, also wir hatten ja auch jetzt lange die, es wird der eine Sau nach der anderen durchs Dorf getrieben, was so Panikmache angeht, weil es jetzt einfach, ich glaube, das ist jetzt aus meiner Sicht keine Verschwörung oder so, sondern es verkauft sich einfach gut. Und wir hatten ja jetzt ganz lange so dieses Thema, eigentlich schon seitdem ich groß geworden bin, Überbevölkerung als sehr geeignetes Panikthema. Und das sieht ja gerade so aus, als wenn sich das zeigen sollte, dass es scheinbar doch nicht so ein großes Problem ist. Weil, also das Letzte, was ich jetzt gelesen habe, ich persönlich glaube, dass es noch viel früher passiert, aber dass sozusagen so um 2050 rum so ein Peak sein soll und dann geht es wieder runter. Also Fakt ist, ich habe so eine Übersicht mal gelesen, dass quasi alle großen oder auch kleineren westlichen Industrienationen und auch nicht nur die westlichen, auch China und Japan massiv Nachwuchsprobleme haben. Ob das jetzt ein Problem ist, das ist, sag ich mal, dahingestellt, aber Fakt ist, sie schrumpfen, ne? Wir Deutschen schrumpfen ja eh schon seit Ewigkeiten. Japan total krass, also Japan füllt ja auch nicht so auf, so das Land. Also da gibt es schon interessante Sachen zu beobachten, dass Häuserpreise schon seit Ewigkeiten in den Keller fallen und was weiß ich. Das sind, glaube ich, so alle so Sachen, wo wir uns drauf, darauf Antworten finden müssen als Gesellschaft und, aber es ist ja eigentlich eine gute Sache, ne? Ich meine, also ich würde mal sagen, viele Probleme, Umweltverschmutzung und so hängen natürlich auch zusammen, dass wir, glaube ich, einfach zu viel sind, so, ne? Also finde ich zumindest, also ich könnte mir eine Welt, wo vielleicht nur noch, weiß ich nicht, 250 Millionen leben und ganz viel Natur ist, stelle ich mir total geil vor. Und, aber, das ist ja wie gesagt, das muss man ja scheinbar alles nicht pushen, also offensichtlich ist es ja so, sobald Lebensstandard steigt, haben viele nicht mehr den Wunsch, zehn Kinder in die Welt zu setzen, wie das ja früher nicht ungewöhnlich war oder acht oder sechs oder vier und, ähm, ja, und das ist total in Ordnung und, äh, ich finde, also meine Meinung ist, das habe ich lange ausgeholt, das ist total in Ordnung, keine Kinder zu wollen, so, ne? Das ist total in Ordnung und, äh, Kinder sind natürlich ganz, ganz tolle Sache, aber ein Kind ausziehen ist auch unfassbar anstrengend, ich meine, so ein Gucken meiner Sache nochmal ins Gesicht, das ist so irgendwie, ne? Und natürlich, wenn sie da sind, will man sie nicht missen wollen, das ist ja völlig klar irgendwie und liebt sie abgöttisch, aber, also wir haben gerade auch neulich auch ein paar kennengelernt, die haben gesagt, ja, wir haben uns gegen Kinder entschieden, wir haben einen Hund, eine Katze, nicht, dass das jetzt das Gleiche ist, aber ihr wisst schon, wie ich es meine und, äh, ich habe gesagt, hey, kann ich total verstehen, kann ich total verstehen und, äh, man hat ja auch bestimmte Vorstellungen, wie das ist, Kinder zu bekommen, es ist ja nicht nur so, dass man einfach sagt, hey, ich, cool, ich will jetzt Kinder kriegen, natürlich gibt es auch so einen biologischen Wunsch, Kinder zu kriegen, äh, aber es gibt ja auch viele Gedanken, dass man sich dann so vorstellt, ähm, ja, äh, wir sitzen dann irgendwann am Kaminfeuer, sitze ich mit meinen erwachsenen Kindern und gebe denen meine Lebensratschläge, äh, weiter, irgendwie am Vorabend von Heiligabend oder was weiß ich, äh, wie man das so sieht in irgendwelchen Filmen oder amerikanischen Filmen, aber das ist ja häufig gar nicht so, ne, es kann auch super, kann auch sein, dass du mit deinen Kindern keinen Kontakt mehr hast, so, gerade als Mann irgendwie und, ähm, oder auch als Frau kann das vielleicht auch seltener passieren, äh, oder dass das total frustrierender Lebensbereich wird, also man weiß ja gar nicht, wie es wird, ne, ups, ja, man ruft schon meinen Vater anspannend, also man weiß ja gar nicht, wie es wird und, ähm, äh, insofern sollte man sich wirklich gut überlegen, was macht man da, wenn man ein Kind kriegt, weil das, äh, es ist ja immer wieder so, dass es das Leben komplett verändert, was wird immer wieder so gesagt und man denkt so, man, ja klar, verändert sich das Leben komplett, aber das ist, also ich finde so oft Kinder, was das so bedeutet, äh, das muss man wirklich selber erleben sonst und, und, also das kann aber auch keiner vorher so richtig sagen, deswegen, man sollte sich das wirklich gut, äh, überlegen, ne, und wenn du sagst, ich möchte das nicht und, also ganz ehrlich gesagt, wenn du nur Männer anziehst, die alle einen Kinderwunsch haben, dann müsstest, würde ich wirklich mal nach deinem Beutestehen mal gucken, weil ich glaube, es gibt so viele Männer, die nicht unbedingt ein Kind haben wollen, gerade in der heutigen Zeit, wo, das muss man ja auch noch sagen, wo, ähm, sich nicht festlegen wollen, keine Commitments, äh, ich will Freiheit leben, äh, feste Beziehungskonzepte in Frage gestellt werden und, ich weiß nicht was, äh, dann solltest du eigentlich auch viele Männer treffen, die kein Kind haben wollen, so, ähm, selbst mit 30 oder Mitte 30, äh, da müsstest du es vielleicht mal, auch, vielleicht dann darfst du aber auch genau aussuchen, vielleicht solltest du das dann auch auf Dates früher thematisieren, ähm, dass du die aussortierst, das ist natürlich auch eine Möglichkeit. Gut, es sollte eigentlich gar nicht so lang werden, das Video, aber jetzt ist es so, wir sehen uns mal wieder, ciao ihr Lieben, tschüss. Gut, es sollte eigentlich gar nicht so lang werden, das Video, aber jetzt ist es so,